Yo, 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 ein Paket ist angekommen und das müsste das mit dem Kuscheltier sein. Ich habe mir online, die verlinke ich auch dann, oder ich schreibe ihren Namen drauf. Ich hoffe, ich vergesse das tatsächlich dann nicht. Nein, CC Plushy war es, glaube ich. Ich habe bei ihr ein Kuscheltier bestellt. Handgemacht ist es, weil es gab die nicht mehr. Und die, die es gab, waren halt echt hässlich. Deswegen ist es besser, dass ich es selbstgemacht bestelle. Hier. Das ist ein Garzimon von Digimon. Ich glaube, das ist eine Hunderoste. Weil Garzimon hat die, hat, ich kann nicht sprechen und nicht richtig sehen. Ich kam gerade zum Aungarzt. Bitte nicht sterben. Ähm. Oder bundern. In diesem Fall. Weil, äh, Garzimon ist verband mit Gaumon. Gaumon ist ganz bestimmten Hund. Und auch. Und auch. Und auch. Ich dachte, 30 cm waren genauso groß wie das. Das ist ja groß. Das ist riesiger. Das könnte mein neuer bester Freund zum Schlafen sein. Dann schmeiße ich den Hai raus. Und füge Sternchen ein. Das ist ein Gürtel. Ich glaube, die sind festgenäht. Aber. Kannst ihr mal. Ich bin so nah mit der Kamera dran. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich nur blind bin oder doof bin. Oh, schau dir. Schaut euch mal die Pfoten an. Es ist voll cool alles gemacht. Es ist anscheinend nicht festgenäht. Ich könnte es also abnehmen. So knuffig ist. Gleich mal drauf klatschen. Voll cool. Ich habe ihre Info auch in der Beschreibung dann verlinkt. Bye, bye.